Nepomuk-Kapelle Die Nepomuk-Kapelle wurde 1729 vom Waldkirchener Bürger und Handelsmann Johann Georg Nusshardt zur Verkündigung des Evangeliums bei den Fronleichnamsprozessionen auf eigene Kosten erbaut. Die lebensgroße Statue des heiligen Johann Nepomuk im Inneren schuf der Waldkirchener Bildhauer Franz Lehmberger um dieselbe Zeit. Das Antependium zeigt Szenen aus dem Leben des Heiligen. Untertitelung des ZDF, 2020